Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hallo Leute, Dies hier ist kein besonderes Video, ich wollte einfach nur mal zeigen, was ihr bezüglich Mana testet, wo man beim Spiel von Mario herausgefunden hat. Das Spiel ist Mega Man vs. Zero, kennt vielleicht der eine oder andere schon. Und ist eigentlich ganz lustig, eigentlich spielt man es ja mit X zum Schießen und A zum Springen oder umgekehrt mit einer Seher und mit den Pfeiltasten zum Laufen. Interessanterweise kann man es mit meiner Tastatur und mit den Multimediatasten spielen, jedenfalls halbwegs, werde ich euch jetzt mal zeigen. So, wir laufen mit dem Pfeiltasten, springt drüber mit X, und schießen, und dann ist mir da. Und jetzt kann ich auch mit den Multimediatasten schießen und springen. So, 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 Finde ich ganz lustig wie gesagt, wollt ihr nur mal zeigen, nichts besonderes, aber sonst. Naja, das war's.